Müssen wir die irgendwie mal verscheuchen? Angeln pur, mit Bauernhofzuladen Kann ich den mal eingehen? Nein! Doch, sind die nicht mehr so angraubt Äh, alte Flo Äh, alter Weg von Angeln Flossen weg, Mann Tageszimmer, Held Auf, Mann Schmeiß mal das Wasser Ja Hälter Ente hab ich langsam angezeigt Kollege 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 In deiner Sorte hab ich schon einige gegessen, du Du wärst doch nicht der Erste Deine Mama hab ich bestimmt auch verspachtelt Bestimmt gestern Bei Kentucky Fried Chicken Ja Häh Ja, das ist traurig Guck mal Das ist der traurige Gesäck Häh 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 Vielen Dank.